Na, wie hier, ne? Na? Oh, da knurrt er ganz schön, ne? Na ja, so ein bisschen... Ah, ist bloß komplett leer. Und du kennst doch hier schönes Slashchen, ne? Zum Kaffee, ne? Das ist nicht mein erstes, halt. Ich bin das einfach eben wie mir. Kurz nach, da bin ich gekommen, oder? Na, was willst du noch anders machen? Was soll jetzt hier trinken? Ja. Was willst du sonst den ganzen Tag machen, außer dann so stehen und Bier saufen, ne? Ja. Bist du nicht eigentlich im Dienst? Hast du nicht vergessen zu blinken? Ich glaube, angeschnallt warst du auch nicht, Kollege. Ich hab eigentlich auch noch nicht gesehen. Ja, das denk ich nämlich auch. Na ja, Jungs, ich brauche mich mal neun jetzt, ja. Ich brauche noch ne Kohl, ja. Alles klar, dann machen wir los, meiner. All right.